hallo hier ist martin von money monkeys dass die dax analyse für nun freitag den zehnten elften 2023 und unser dax hat hier den tagtschart channel bei 15.360 mal angeschlagen habe ich ein passendes bild gefunden so wir sind oben ran gelaufen wir hatten darüber gesprochen dass noch ein kleiner widerstand der da im bereich um 360 lag 350 360 auch wieder an dem dreh und hat man schon aus aus erkundet und hatten uns darauf eingestellt dass man also noch bevor wir auch auf eine 400 laufen dort gegebenenfalls anstoßen könnten das haben wir auch getan von der reaktion muss ich ganz ehrlich sagen beeindruckt es mich erstmal nicht also wird er jetzt hier einen richtigen trendwechsel schon machen wollen und wieder stärker zurück er hätte sich glaube ich markante abgestoßen ist jetzt vom bewegungs oder auch von der dynamik herunter gekommen ist da das noch relativ moderat aus erinnert mich auch ein bisschen an den vortag erinnert euch da ist der markt auch am mittwoch am abend noch mal runter gegeben wurden hat sich dann unten schon ein bisschen stabilisiert und ist dann am folgetag auch wieder aufgedreht das hat jetzt hier ein bisschen ähnlichen charakter also wenn wir gucken wo der tag begonnen hat der donnerstag sind wir hier hoch das sind nicht mal 50 prozent oder vielleicht gerade so aber wenn dann auch nur vom tagesanstieg nicht von der letzten bewegungswelle so sind es vielleicht sogar gerade mal 38 also ist alles ganz human dann würde ich jetzt noch nicht den kopf in den sand stecken das heißt er hätte ich hier direkt freie fahrt zum freitag auch oberhalb von 300 weitere hochs nachzulegen auch noch mal an die 350 360 ranzugehen es ist ja ein wichtiger bereich es wäre durchaus legitim dort auch ein bisschen zur seite rum zu hampeln das darf er an so einer zone kann dann aber auch durch rutschen also zum späteren abend hin weil er jetzt nicht direkt frontal durch rennt ich würde bloß ein bisschen aufpassen nicht dass da einer anfängt dann geht der einzelne kerze die dann da unten weg stößt immer wieder short einzufahren wird wahrscheinlich immer wieder zurücklaufen und sich nach oben drauf drücken ja und dann hätten wir oben raus wenn wir den darüber gehen die nächsten anlaufziele bei 400 445 mal müssen wir langsam mal gucken was haben wir noch dazwischen wir haben ja noch war nicht so viel ja das ist alles hier ich sehe das auch der markt ist relativ sauber runtergekommen hat auch vorher sich nicht großartig aufgehalten also 500 500 hier ist das letzte hoch im bereich um 65 so in dem dreh rum 575 das sind dann noch mal anlaufziele aber ich würde es denke ich erstmal auch eine 400 445 reduzieren und die 500 ich denke das wäre zum freitag schon viel der wird wahrscheinlich eher damit zu tun haben hier an der 350 360 ein bisschen so seite auszuharren aber auch aus tagessicht muss man sagen ist es mir jetzt ein bisschen zu form genau dran gelaufen das kennen wir so vom dax eigentlich nicht ja dass er beim dritten kontakt auf dem channel so sauber agiert ich habe das auch hier unten schon mal live miterlebt ihr habt das ach wer schon länger mit die analysen verfolgt hat das auch schon öfter gesehen dass der markt so sauber die linie anstößt und dann von weg krepiert passiert relativ selten das habe ich auch im letzten premium update schon geschrieben das heißt ich würde schon davon ausgehen dass er wenn er denn über 300 sich weiter vorarbeitet definitiv noch das zeug hätte da auch noch mal drüber zu springen also da spreche jetzt nichts dagegen würde auch besser passen vorm umdrehen erstmal noch einen abwärtstrend bruch anzufaken er würde unten raus natürlich viel viel mehr knaster reinbringen hier irgendwie so ans band ran oder sowas das liegt im bereich 420 ja aber ich denke so 445 45 45 dann die 500 dann hat man die 560 575 und dann ist ja hier die 200 tag linie auch bei 650 wieder interessant naja das sind so die im bereiche im näheren umfeld im weiteren umfeld haben wir natürlich hier oben dann das offene gäbe wenn sich der dax richtig gut macht und hier alles nach oben raus hebelt dass er das auch ein bisschen vor augen behaltet wir sind nach wie vor ich bis in allen letzten videos immer wieder gesagt in den positiven handelsmonaten ja das heißt november dezember die neigen statistisch betrachtet einfach zur stärke das heißt dominiert unser dax und drückt sich weiter oben raus würde ich erst mal weiter punktuell long suchen solange bis er uns etwas anderes beweist und dann haben wir immer noch die möglichkeit sagen okay ab jetzt handeln wir vielleicht short bis dann wieder das und das passiert ja und uns dann eben darauf einzustellen für mich würde das am freitag jetzt schon sein ein unterschreiten von 230 ja fällt uns unter 230 zurück dann bekommt er zwar noch mal so eine kleine bonus chance auf 200 sich hochzudrehen aber ich würde tendenziell eher unter 230 mich darauf einstellen dass er das dann vielleicht doch diesen einen seltenen moment ausspielt ihr kennt das ja es gibt immer regeln wir waren wir bauen immer auf wahrscheinlichkeiten aber selbst wenn ich irgendwo 95 prozent wahrscheinlichkeit habe gibt es immer noch eine ausnahmemöglichkeit und als trader muss ich die einfach mit beleuchten und als analyst muss ich mir eben darüber auch gedanken machen wie handhabe ich denn meine position wenn er denn diese eine ausnahme spielt ja und wenn er diese eine ausnahme spielt und die sich hier wirklich weiter runter arbeitet unter 200 würde ich davon ausgehen dass wir hier unten Richtung gap close gehen das kennt ihr noch das alte ziel das heißt nämlich würde tendenziell unter 200 damit rechnen dass wir auf die was ist hier unten so 130 auflaufen dann auf die 0 75 und dann weitergehen in den gap close auf die 14 980 und dann auch auf die 14 930 durchspielen das heißt wenn dass es sich von hier einmal bis zur lila line durcharbeitet je nachdem wie lange dafür braucht gucken wir uns dann noch mal an wo die genauer liegt ja das könnte ich mir sehr gut vorstellen und dann würde natürlich von hier auch noch mal eine chance kriegen nach oben aufzudrehen und noch mal diesen channel anzuarbeiten aber was ich am wahrscheinlichsten erachte für den freitag wäre tatsächlich hier eine stabilisierung jetzt in dem bereich wo auch jetzt zum abend schon geschlossen hat und dann wieder ein erneutes probieren oben an der 350 360 ein bisschen rumzudrücken vielleicht auch mal schon rauszustechen schon mal richtung 445 45 zu laufen das wäre jetzt hier definitiv legitim würde auch aufs gesamtmarkt umfeld eigentlich ganz gut passen ja das soweit dazu also um das ganz klar und deutsch zu sagen oberhalb von 280 300 würde ich jederzeit immer wieder long positionen probieren auch kurz also insbesondere auch kurzfristige positionen ich würde immer versuchen ein paar punkte wieder nach oben aus jedem aufdrehen wenn der markt wieder ein bisschen zurückgekommen ist ein bisschen druck abgebaut hat und er fängt wieder an grün aufzudrehen würde ich immer wieder eine kleine long positionen probieren natürlich nicht jedes mal ne das ist denke ich klar aber einfach long chancen suchen ja das ist das schlagwort und unter 230 wäre ich ein bisschen vorsichtiger würde eher ich glaube ich würde noch nicht short handeln ja weil dafür möchte ich hier eine fette rote kerze von dem channel nach unten wegstehen sehen im tagesstand bevor ich hier shorts freigebe naja und aber unter 230 würde ich vorsichtiger werden würde ich auch schon mit den long handeln sondern erst mal abwarten dann wie er sich macht auch wie er auf der 200 umgeht und alles unter 200 wird für mich dann schon wieder ein bisschen zu sehr nach gebt los hier unten riechen und dann auch ja unter 200 glaube ich aber nicht nicht am freitag wird schon nicht short gehen wollen ok so ja ich denke klar deutlicher kann es nicht formulieren wird euch damit hier alleine lassen ähm webinartermin äh webinartermin werden wahrscheinlich am sonntag dann machen wieder 10 bis 12 kriegt aber noch mal eine info jetzt im laufe des freitags also die premium leute kriegen noch mal eine info wann wir webinar machen und dann gucken wir uns noch mal das große ganze an kryptos müssen wir auch drüber gucken war auch wieder viel los wie die war obwohl da hat man mehr rumgeschickt also gibt gibt einiges zu bequatteln machen wir dann aber sonntag und ja ich mache jetzt hier zu wünsche euch einen erfolgreichen freitag schönes wochenende und dann hören wir uns sonntag premium leute im webinar und alle anderen dann in der abendanalyse für den tag zum montag bis dahin tschüss um die die Vielen Dank.